so und weiter geht's ich wünsche euch viel spaß mit gta 5 hier in san andreas los santos beinahe hätte ich was falsches gesagt rufen wir erst mal dr friedländer an michael du hast nicht genug geld für eine besitzung mit dr friedländer was habe ich etwa moment ein portfolio ja prozentualer gewinn 6 6,2 12 prozent jetzt aber so viel zum thema besorgt sein habe ich jetzt die nachricht scheiße kein problem wir haben ja kontakte jetzt aber die nachricht scheiße hallo dr isaiah friedländer speaking hey doc it's me michael how are you not good doc not good at all well we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups the desperate search for the easy answer in life and your profound narcissism reality will have a habit of handing you a repeated kicking anyway what's up hell doc put it like that i'm afraid i ain't got much hope have you been acting out again michael so what about the problem areas okay well things are i gotta tell you doc they're awful i'm making bad decisions here and other people are picking up the tab for it my family left me they won't even take my phone calls but i did meet this guy solomon richards you might have heard of him richards majestin we're doing some work together in the movies you fucking believe that i'm a movie producer well i'm glad to hear things are looking up but you shouldn't look for validation outside of yourself validation isn't a label it comes from within any other violent outburst michael yeah i mean i've had good days doc but mostly they've just been really bad days but doing really bad things you know hurting people you're a very sick man michael i'm doing all i can but we need more sessions okay there's a part of me doc i just can't seem to control hmm what about your sexual problems michael well you know i've been a good boy in that regard i'm making real progress doc we are making progress michael you're finally listening to me great ever since i pulled that house apart doc i ain't been myself not at all you know therapy can really help you michael which is why you should be really pleased with what you're doing but i'm gonna have to stop you there oh and there is one thing phone sessions are a little more expensive obviously obviously but so fulfilling let's speak again soon 1500 dollar ernsthaft for what und gucken wir mal ob wir denn typen jetzt eigentlich hinter uns kriegen bald gut also auf zu malm martin madraso so so gucken was der matratzen king von uns möchte gerade in kombination mit trevor phillips das wird interessant werden definitiv die rollende zeitbombe und dann bei martin madrasso ok vielleicht ist ja auch catalina wieder dabei die ist ja in grand theft auto 3 recht bekannt geworden und dann auch in grand theft auto san andreas und hier hat sie auch eine rolle gespielt das war ja die pussy gewesen die uns am telefon richtig böse herangegenommen hat shoot him shoot him oder so ähnliches war es gewesen und noch andere unfreundliche gegenden die eine dame eigentlich nicht sagen sollte aber hey wir sind ja auch nicht immer freundlich zu damen wenn wir ihr fähren feriendomenziel einreißen sind doch mal nicht so quid pro quo erfordert sich nicht erschossen habe hat man schönes automobil egal okay ich lebe noch sie nicht kennt ihr das wenn man einmal am schlingern ist schlingert man immer so jetzt reißt ich aber zurück zusammen die letzten 100 meter wirst du doch noch ordentlich hinkriegen ohne dass es rumst 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 sag ich doch kein licht an trevor michein ich bin Martin Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Break his way, gentlemen. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. This is my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. What did you tell him about me, about? Martin Madrazo. Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, hello? What's the deal? Well, this is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. Observatory. Where is my flitzer? Yeah. If you need anything, get me on the headset. Yeah. hat verwehr hat uns angehubt bundesauerei in ganz ordinärer computer mpc hat der uns an gut oh links Zerum? Psycho, und dass du das in common hast? Was ist das? Wir müssen für ihn arbeiten! Wir müssen nicht für jemanden arbeiten, aber ich lege dich, Mann, laut und klar! Was bist du? All das Aztec-Stuff! Die weirde kleine Artefacts! Was? Die kleine Fertilte-Statüte! Der Mann hat Probleme zu holen! Wir werden zwei, drei Millionen auf diesen. Easy! Perverts werden alles für die Hoffnung. Wir haben nicht den Zettel. Wir haben nicht den Zettel für diesen Job. Also was ist das alles? Okay, der Mann lebt gut. Das bedeutet nicht, dass wir ihn robben. Aber es bedeutet, dass er Geld hat, um Menschen zu bezahlen, die ihm helfen. Wenn das Zeitpunkt kommt, wird er das richtige Ding. Wenn er nicht, bitte, lass mich das behandeln! Du bekommst keine Frau wie das, ohne zu riech und ein Asshole, oder? Was ist das? Ja, die Logik muss keiner verstehen. Definitiv nicht! Ich bin ja richtig gespannt darauf, wie Grand Theft Auto 6 werden wird. Vor allem, wo es spielen wird. Ob es wieder nach Liberty City geht, ob es nach Miami geht, wie damals in Wise City. In San Andreas wird es jetzt definitiv nicht spielen. Leider. Leider. Okay. Okay. Alter. Hallo? Wie kann ich dich denn auswählen? Okay. T. If you could see this gun, it might convince you, Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. I got to give a lead. I got to give a lead. I got to give a lead. So. Der zweite saß. Ah. Alter. Check. Armورne. We're surrendering. ohl. so das war der erste streich wo ist er denn jetzt es ist denn jetzt wieder los eins zwei kommst du schon ab bye engine gone plane's coming down you want it ok 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 ja wo ist das scheiß bike alter so jetzt lassen wir diese markierung definitiv aus we're plugged into the air traffic control channel keep me updated ok 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 mal eben auf die tastatur umgeswitcht da kann man ein drive-by wesentlich besser machen wohoo bum-ba-dum-bum we have no hydraulic systems no elevator control very little aileron control serious doubts of making landing strip needs a ditch roger november niner charlie echo if you lost your manual flight control system pull your flaps you better be working okay this guy's going down any minute only thing they farm out here is methamphetamine country we got our mission out here you gotta come visit sometime yeah you know what i'm good losing altitude rapidly i'm going to have to bring it down in dirt god help us roger remember niner charlie echo what is your status god help us they're in the dirt good get the files and if the cousin made it take him out sure thing but seriously bro coming all the way out here we gotta get paid just do the job i'll give us paid down the road down the road for help us no does So So Erstmal den Schnatter verteilen damit die polizei auch schon was findet So Gucken wir mal wo fahren wir denn hin Eine Spritztour Die ist lustig Eine Spritztour Die ist schön Destroy the transporter Die ist schön Hätte sie besser angehalten Der Idiot ist tatsächlich durch das Feuer gefahren Hat mal richtig schön gehört wie seine Reifen geplatzt sind Und jetzt kommt natürlich kein Auto mehr an Halt an Die fahren ohne anzuhalten Steig aus Jetzt weiß ich den Namen von Catalina wieder oder wie sie ist Martin Madraso Red Alarm Red Alarm Jetzt habe ich es wieder Spukt mir die ganze Zeit im Kopf um Jetzt fällt mir viel mehr Text wieder ein Geht euch das manchmal auch genauso Ihr wollt irgendeinen Text raushauen Den ihr mal gehört habt Dann fällt er euch nicht ein Und mittendrin Und mittendrin Ihr denkt gar nicht mehr dran Fällt es euch wie Schuppen von den Augen Bämst wieder da Und ja weiter ging es Bad man Macht die Madraso Shoot im Red Alarm Red Alarm Da hat es wahrscheinlich zu viel Enterprise geguckt oder sowas ähnliches Rote Alarm Machen sie es so Ernsthaft Das war eine Baumkrone Michael So jetzt aber Da wollte ich den Weg ein wenig abkürzen Hat nicht ganz geklappt Das war ein wenig abkürzen Tja, Trevor Phillips, wenn man sich auf ihn verlässt, dauert es ein bisschen, bis er kommt. Pfff. Hmph. Oh, du denkst? Warum nicht auf die Seite? Okay, jetzt Patricia. Sie hat bereits eine Schottguss. Haha, ich weiß ein schönes Ort, wo wir uns aufhören. Es ist ein sehr relaßendes Ort. Ein kleiner Geheil, wenn du willst. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Tja, soviel dazu. Der Hund ist doof. Nee, der ist nicht cool, der ist einfach nur doof. Schlecht erzogen und doof. So. Oh, mein Gott. Sind wir auch schon fast zu Hause, Freunde. Und ich würde sagen, die Folge endet hier jetzt auch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ebenso, dass ihr bei der nächsten Folge von Grand Theft Auto oder einem anderen Projekt hier auf meinem Kanal wieder mit dabei sein werdet. So, mal eben das Garagentor ausgenippelt. Macht aber nichts. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Haltet die Ohren steif. Macht es gut. Ciao, ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.